ja leute und willkommen zu einem neuen video zu einer neuen news folge mehr freunde heute geht es um donkey kong country tropical freeze das spiel wurde jetzt nämlich für die nintendo switch angekündigt bei einer kurzen nintendo direct mini vom 11 januar 2018 hat der japanische konzern donkey kong country tropical freeze für die nintendo switch offiziell angekündigt ab dem vierten mai 2018 könnt ihr euch zusammen mit donkey kong und vielen weiteren bekannten charakteren auf der nintendo switch die zeit vertreiben außerdem erhält das spiel funky kong einen neuzugang dieser kann mit seinem surfboard doppelsprünge vollführen und kurzzeitig in der luft schweben außerdem können ihm ansonsten tödliche stacheln dank seines sports nichts anhaben das gesamte spiel ist natürlich auch im koop spiel war das jump in one erschienen ursprünglich im februar 2014 exklusiv für die video wie der titel schon vermuten lässt verschlägt es den berühmten affen dieses mal in kältere gefilde entwickelt wurde das spiel von retro studios welche sich schon mit dem hervorragenden donkey kong country returns auf der wie einen namen gemacht haben freunde freut euch auf die neue ankündigung von donkey kong country tropical freeze für die für die nintendo switch oder sagte ihr euch habt sowieso die video und das spiel wozu eine neue ankündigung oder sagt ihr für die oder oder sagt ihr für die 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 nintendo switch haben ja ist cool ja freunde frau beantwortet mir mal die frage oder egal was ich jetzt gesagt habe mal unten in die kommentare freut ihr euch oder freut ihr euch nicht auf die neue ankündigung schreibt mir unten in die kommentare so freunde dann würde ich sagen das war's mit dem video wenn euch die news folge gefallen hat lasst mir doch gerne einen daumen nach oben da falls es euch nicht gefallen hat begründet begründet es in den kommentaren warum nicht ja dann lasst auch wenn es euch nicht gefallen hat ein daumen nach unten da falls es euch nicht gefallen hat es kann ja sein dass es euch gefallen hat ja lasst mir ein abo da freunde das könnte ich hier machen und da oben freunde gedankt zu meinem letzten video und ja dann würde ich sagen das war's haut rein zocker boy game over ciao